hallo und herzlich willkommen liebe freunde zu star wars battle phone ja mit dabei ist wieder onkel ja hallöchen ja ja ich freue mich ja es geht wieder internet läuft ich habe jetzt gerade so eine kleine problembeseitigung gemacht ich hoffe nicht dass ich wieder was heutiges sage aber gerade ging es und ja wir haben uns entschlossen wir waren ja letzte war hatten wir fracht abgeschlossen hatten wir schon einmal abwurf zone gemacht aber meistens haben wir immer so zwei bis drei parts gemacht und jetzt machen wir erstmal noch mal eine runde abwurf zone erobere mehr versorgungskapseln als der gegner um zu gewinnen bämm und er ist schon drinnen so mag ich das töten metzeln versorgungskapseln einnehmen und wir sind im team perfekt im team ja im team abwurf zone java rifugium auf dem planeten stürzen versorgungskapseln ab die rebellen die die es liegt daran dass der onkel immer sonntags mit gottesdienst ist und ja da lernt man so zu reden und imperialen truppen bergen müssen haben die meisten kapseln erbeutet gewinnen ich stelle ich habe mich gerade vorgestellt wie du mit so einer robe da stehst blendgranaten blenden alle personen die zum zeitpunkt der schnell was alter wenn du sie nicht ach das war sogar ganz anderer text scheiße ja so sind die fachers ne abwurf zone java rifugium so hat er schon angefangen ist ja schon fast wie der ende das game partner start hier jo komm mal in mir äh hinter mir bot nur start bot nur start jetzt muss ich gerade mal gucken wo bist du denn also wir müssen die dreckigen schleimigen rebellen kaputt machen ne hab ich das richtig verstanden ach guck mal da oben steht da der pisser du dreckiger lump du ich krieg dich wenn ich dich sehe dann weiß ich wo du wohnst so ich werf dir mal eine granate da oben boah voll erwischt da oben korrekt leute das war ein epischer moment warum aua ich bin tot genau deswegen aua ich hab dich gerecht naja das finde ich auch sehr gut ich hab nämlich der penner der stand ganz oben drauf und da hab ich dir eine granate hochgeworfen und tatsächlich ist er gestorben bah wieder einen mit ah wir beide zusammen ich hab assistent bekommen du hast dir einen assi bekommen na sie ah ist das herrlich entweder vernünftige spieler und keine keine bots die wir platt machen aber das sind ja die kleinen davas die hätte ich fast gekillt also ich bin hinter dir ich hoffe dass es in ordnung kapsel 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 ja oh achtung oben oben auf dem ding wieder man ich hasse die bauern mal im bludel mhm ich meine nukleation ich bin hinter dir du bist da hoch ist doch egal wir müssen da hoch mhm ja mit dem jetpack kommst du da hoch achten da oben bumm bumm mach das ach da oben sind die ist das ding noch unser ja da gibt mir keiner oder über ist ein bauern gib mir doch bitte mal antwort wenn ich dich was frage Was möchtest du denn wissen? Ja, es ist zu spät, Mann. Okay, ja, ich war gerade in Blutrausch. Ich habe Panzerfaust. Und die haben uns leider kaputt gemacht. Kaputt. Wir waren nur kaputt. Sprich mir mal. Kaputt. 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 Oh, wie gehen die denn heute schon wieder ab, die Leute, ey? Mann, das gibt es ja gar nicht. Oh, Alter. Krass, die rasten voll aus. Ich bin ein Schiff blind. Die rasten voll aus hier. Los, hol den Typ, ja. Da will das, ne, Gott. Hier, da oben drauf. Oh, ich... Der da oben, ne? Die richtige Camperstellung ist das da oben. Ja, aber die können nichts erreichen damit. Das ist das Ding. Oh, jetzt habe ich gedacht, das wäre einer von uns. Naja, meistens würde das auf uns schießen. Ja, hat er ja nicht. Er zieht, bumm, bumm, tot. Ja, die wissen, auch den Kopf schießen und dann ist sofort Feierabend hier. Zwei gekillt erst. Was ist das denn? Ah, ah, mhm. Boah, sau, der Tarnkleid. Das ist ein Chameleon. Du musst erst mal reinkommen hier, das gibt es ja gar nicht. Und ich sterbe auch noch immer. Du stirbst mir weg und dann bin ich erst auf das Hube, wo die Schüsse herkommen und dann merke ich, da ist ein Chameleon. Ja, die sind gut getarnt hier, weil die genau die gleiche scheiß verkackte Farbe haben. Oh, jetzt hat mich ein scheiß Turm von denen gekillt. Wer hat er von jeden umgebracht? So, meine lieben Freunde, jetzt graule ich erst mal mit meinem ganzen... Oh, mein Gott, ey, ich sehe die viel zu spät. Was ist denn los mit mir? Ja, das ist okay. Man muss sich immer erst mal wieder... Kam hier ein Patch raus? Dass wieder alles anders ist? Jawoll, ich habe einen mit der Panzerfaust zerlegt. Zerlegt und der ist richtig geplatzt. Ich habe den gehäutet. Oh, da oben. Boah, das geht mir so auf den Sack, dass die scheiß Camper da oben hocken. Das ist kacke. Guck mal, alle sind da oben. Ganze Familie ist da oben. Ah, ich habe einen abgeschossen. Jawoll, dann hast du einen runtergeholt. So mag ich das, wenn du dir einen runterholst. Okay, meine lieben Freunde, ich habe keine Ahnung, aber das ist ja nichts Neues. Meine Fresse, meine Karre. Knarre ist schon wieder überwühlt. Und da oben sitzt da, mit seinem kleinen dreckigen Gesicht. Die spielen viel besseres Team, das sehe ich jetzt schon. Die sind zusammen, die machen zusammen und wir sind alle eins. Ah, ich habe einen runtergeholt. Ha, ja, ich bin auch ein gutes Team. Aber das Problem ist, dass das absolute Camper sind. Und du weißt ja was. Oh, die haben auch ein hoheres Level. Die haben die Dreiergranaten schon. Scheiße, Sperrfeuer. Habt ihr jetzt gemerkt, was Rewana gesagt hat? Ich bin auch ein gutes Team. Ja, wir beide. Ich rede nur von uns, Onkel, weil wir sind das Team. Die anderen sind halt die anderen. Aber trotzdem haben wir vier und die eins. Also können die mit ihren noch so camperischen Aktivitäten nix reißen. So, ich habe jetzt mal so einen Aufdecker losgelassen. Dann müssten wir die eigentlich sehen können. Wieder einen oben runtergeholt. Ähm. Boah. Hey. Oh, Mann. Gerade war er noch. Das sind einfach zu viele. Ich muss zu dir kommen. Hallo. Boah. Ja. Ich habe einen erledigt. So mag ich das. Bam. Ich habe den geknüppelt. Ich habe den geknüppelt. Boah. Gott sei Dank. Ich habe gedacht, der haut mich um. Ich habe gerade echt Schiss gehabt ein bisschen. Wo ist denn die letzte Rettungskapsel? Oh. Drecksack. Ach, da oben ist wieder einer drauf. Auf dem Java-Schiff. Kapseln erobern. Jawohl. Bin ich froh. Bin ich froh. Ich hoffe, wir kommen in eine andere Map. Sechs habe ich. Sieben, vierzehn Tote. Mei, 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 mei. Na gut, war ja schon fast vorbei, das Game. Gammel. Oh, Batman. Gegen Batman hat man keine Chance. Batman, Batman. Ich freue mich bald. Batman gegen Superman. Sollte eine Woche oder sowas, ne? Ne, zwei Wochen. Ja, ich gehe nicht ins Kino. Was? Ich gehe nicht ins Kino. Na ja, wir gehen dann irgendwann mal wieder. Wenn es so weit ist. Alleine habe ich keine Chance. Aber den guckst du dir trotzdem so schnell an wie möglich, oder? Dass bald auf Blu-Ray raus ist. Oder auf Disc raus ist. Blu-Ray. Ja, nicht schlecht. War auf jeden Fall cool. Was denn? Toll. Ist jetzt nicht unbedingt eine bessere... Ah ja, es geht. Mappe. Mappe? Kann ich denn eigentlich hier auch mal... Hier können sie sich zumindest nicht wieder auf so einen Camperplatz begeben. Das ist echt übel gewesen, liebe Freunde, da oben zu stehen und einfach runter zu ballern. Ja, man findet immer einen Weg hier. Ja, man kennt es ja. Portest du dich zu mir? Was ist denn der Scan-Impuls? Ne, brauche ich nicht. Ach, du bist noch am... Haben wir denn... Auswahlmenü? Die Waffen brauche ich noch nicht. Oh, wir haben nur noch vier Gegner. Eigentlich ist es schon wieder ungerecht. Aber vielleicht wird es ja voll im Laufe der Zeit. Ja, weil keiner diese scheiß Map mag, ja. Hm. Ja, weil man hier nicht gut campen kann. Aber ich finde die Map eigentlich ganz cool. Ich finde die Kacke. Weil du nix siehst. Die sieht hübsch aus. Nix dahin. Boah, die Kopfschuss von da hinten. Krass, ich bin wieder da. Freu dich mal nicht zu früh, mein Freund. Ich bin wieder da. Ich bin wieder da. Hast recht. Und die Gegner sind feindlich. Die Gegner sind feindlich. Ja, ich wollte eigentlich was anderes sagen, aber ich habe mich dafür dann entschlossen, doch Blödsinn zu reden. Na gut, 100 Punkte hätte ich gerne für die Kapsel-Sammlung. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Imperiale Suppen, äh, Truppen. Äh, Truppen. Krass. Sind aber immer noch vier nur. Da hinten, da hinten. Gibt's schon. Ja! Gegner besiegt von Alien Baby. Oh, ich hab'n MG gekriegt. Hm. Ich hab'ne Annäherungsmine, die find' ich super praktisch. Oh, jetzt wurde ich getötet. Es war nicht nett von euch, um mich umzubringen. Es war abschlippend nicht nett. Ah, die Gegner sind voller geworden. Die trinken extra mehr. Boah, ich bin bei der Kapsel. Ich auch. Gleich. Noch acht, hund-, noch hundertzwo Meter. Äh, ach, ich bin gleich da. Einmal bitte zur nächsten Map in andere Game, bitte. Ich hab' grad'n bisschen Angst, lieber ist ein Monster. Ich komm' doch mal hier. Ja, ich komm' ja. Es sind immer noch 108 Meter. Denn ich bin im Kreis gelaufen. Ne, war Spaß, ich bin da. Ich versuche mich gerade anzukampen, aber... Ja! Mit... Ich hab'n gekillt. So, weil ich umgefallen bin mit der Waffe sozusagen. Verlieren wir die Rettungskapsel. Ich hol' mir mal so'n Netz hier. Dann kann ich nämlich, äh... Die Feinde aufdecken bei uns. Achtung! Jetzt müsstest du sie sehen. Guck! In die Welt. Ach, daneben geschossen. So was dämliches. Macht er nix. Macht er nix. Alles gut. Wo bist du denn? Ja, bei der Kapsel. Direkt daneben. Ja, warum holst du denn nicht den Typen, der die Kapsel übernommen hat? Äh, der ist doch schon tot. Toll. Aber nachdem er's übernommen hat, jetzt rückst du doch von vorne an. Ja, das ist aber normal. Ne. Hm, das ist aber eine normale Aktion. Hehehe. Hehehe. Ah! Er stinkt! Er riecht! Und ich hab'n gekillt. Oh nein, da ist noch einer. Verdammt. Hehehe. Oh, ich hab' dreimal daneben geschossen und dann hab' ich den umgehauen. Beim Schlammern zog er. Hehehe. Oh, herrlich. Oh, ich kann spielen, Leute. Das ist so herrlich für mich. Das ist echt... Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie ich mich gerade freue, dass hier keine übermenschlichen Lecks sind. Das ist wie Weihnachten und Weihnachten zusammen. Was? Was? Wie Weihnachten und Weihnachten zusammen, okay. Ja. Und Ostern. Wie Weihnachten feierst du nochmal? Ich feier immer Weihnachten mit Weihnachten. Hehehe. Du nicht? Ach, ich bin so eine Banane! Wieso tue ich das? Nein! Ich hab' daneben geschossen. Ich sollte aufhören. Oder anfangen mit dem Trinken. Hier unten an der Kapsel! Was machst du denn? Ja, an der Kapsel. Ich schieß doch schon. Oh, Mann, ey. Oh, Mann, Onkel. Warum hast du den nicht getötet? Der hat mich dann getötet. Du treibst du dich um, ey. Hinter dir! Hinter dir! Hinter dir! Ja, jetzt! Wie nicht jetzt? Die ganze Zeit, Schau. Guck mal, nächste Kapsel. Hey, gibt's schon zwei. Sollen wir die andere holen oder bewachen wir die? Wir holen die andere schnell. Mach doch. Ich bleib hier. Na, das schaffen wir wahrscheinlich gar nicht. Scheiße! Wir haben eine Kapsel verloren. Oh mein Gott! Komm lieber zurück, Mann! Bitte schnell! Jawoll! Ich hab einen... Komm bitte zurück! Hallo! Ja! Ey! Oh! Ich hab einen Schlag überlebt! Wie geht das denn? Der hat mich geboxt und ich bin nicht gestorben. Ja, die Fässer kommt zurück! Ja, ich bin doch schon da. Ich halte sie fest. Und jetzt? Geht nichts. Bringt nichts! Scheiße! Bombe! Fuck! Oh! Das war ein Thermalo. Hat er dich erwischt? Ja! Verdammt! Warum soll ich sonst Fuck schreien? Keine Ahnung, kannst du ja auch einen Streif-Fuck-Schuss abgekommen haben. Streif-Fuck-Schuss! Alter, was ist denn mit denen nicht richtig, ey? Wow! Merkmalstufe bin ich! Zwei! Hast du eigentlich auch schon Merkmale? Nein! Merkmale, dass du ein Star Wars Gamer bist? Nein, ich suchte das ja nicht so wie du im Offline. Das kannst du auch schon mit Level 10 oder sowas nehmen. Musst nur 7.000 zusammen haben. Okay, wo ist die nächste Kader? Boah, mein Herz, ey! Der hat mich nur nach 18 Lebenssinn ergärtig. Aber ich finde, der Moment war cool. Er schlägt mich und ich schlag ihn und er stirbt und ich habe überlebt. Das fand ich cool. Onkel, ich bin hinter dir! Ich rette dich! Nein! Er hat mich von hinten getötet. Johnny Richter hat mich gekillt. Oh, fuck! Das habe ich auch gesagt. Ach, ich habe noch ein Gesch... Ich habe noch ein Gesch... Ich habe noch ein Gesch... Ich geh zum Kapsel. Ja, ich habe noch ein Geschütz. Das stelle ich direkt neben der Kapsel. Wenn ich die scheiß Kapsel finde. Komm mal, ich bin zu der Kapsel, weil ich irgendwie falsch glauben bin. Ja. Scheiße, Kapsel. Wir haben diese Rettungskapsel an das... Dieser wird schwirren. Ach, Mann, ey. 2-2 auch noch. Wir haben die Landekoordinaten einer weiteren Kapsel. Du bist hin da. Ja! Mein Kapselturm macht alles kaputt. Mein Kapselturm. Achtung, Onkel, du wirst gesucht. Bald gehört die Rettungskapsel der Allianz. Oh! Von hinten! Harasch hat mich gekillt. Harasch. Denkt ein bisschen wie Haran. Der Virus von Dying Light. Kam mir grad zum Kopf. Kennste? Du hast nen Kopf? Ja. Kopf? Wo sind die Bauern? Das ist mir zu ruhig. Irgendwas stimmt nicht. Vielleicht sind sie krank. Oder machen Urlaub. Sie kommen! Sie haben keinen Krankenschein angemeldet. Oh, Double Kill. Scheiße. Ich hab keine Ahnung. Ich wollt irgendwas sagen. Okay, ich bin da. Und du? Ich auch. Aber ich schieß mal wieder sonst wohin. Kapsel erober... Wir empfangen das Signal einer weiteren Rettungskapsel. Wir empfangen das Signal einer weiteren Rettungskapsel. Ich kenne die Position. Ich kenne die Position. Ich kenne die Position. Boah, hier Thermaldetonatoren abgezündet hier. Hä? Warum ist die rot? Wollt schon sagen. Wollt ihr mich verarschen? Wie sieht's aus, Onkel? Au, au! Oh, shit! Scheiße sieht aus. Oh, oh. Die stinken. Ich versteh nicht, was du immer machst. Ja, kämpfen mache ich. Was soll ich denn sonst machen? Du stehst neben der Kapsel und... Ich steh neben der Kapsel und kämpf und tötet die, die hier hinkommen. Was soll ich denn sonst machen? Ist doch gut, wenn's ein bisschen spannend ist. Wenn die, wenn die Kämpfe... Du bist doch wirklich ein bisschen mecker. Mein Gott. Hä? Ich hab'n gewählt. Wenn's spannend ist, dann mecker ist nun mal so. Fertig. Das meckerste. Wenn's, 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 wenn's spannend haben willst, muss halt Menge mecker aushalten. Ja, ist doch okay. Ich sag' auch nix. Kämpfer, ich kann auch nicht mehr als kämpfen und Granaten werfen und das macht Spaß. Da ist einer, den hau' ich jetzt. Achtung. Die mit den Schützen... Ja! Ich hab'n. Ich hab'n voll genockt. Genockt hab'n. Da hinten ist eine neue Kapsel. Und du stinkender. Jawoll! Jawoll, ja. Ich bin hinter dir. Jawoll, ja. Gut. Ist auch tot. Hinter uns, Onkel. Achtung. Ich weiß nicht, wohin der uns ist. Oben auf dem Raumschiff. Boah, geil. Abgestürzt. Kann der Yoda rausholen aus dem Sumpf. Okay. Bist du sicher? Weißt du denn? Ich hatte zwei Stück abgeschossen. Ne, hier laufen noch mehr rum, Rivano. Du kannst nicht, wenn ich sag', äh, ich hab' die Gegner. Brauch verleißen, dass auf einmal alle Töne sind. Hier. Mann, was stimmt denn mit dem Typen nicht? Ich... Ah, ich bin hier irgendwo, wo ich hier bin. Oh. Oh. Super Sniper, Onkel. Das war echt geil. Oh. Oh. Oh, 15. Aber ich hab' 16. Aber du hast mehr Punkte. Aber nicht viel. Cool. Sehr nice. Ja, dann würde ich sagen, ich bin ja auch dran, ne? Hey. Und der Onkel ist da drin. Hey. Erst im Bild. Meiste Kapsel verteidigt. Du bist ein richtiger Kapselman. Ja, ich bin der Kapselverteidiger. Mhm. Sobald das gleich fertig ist, dann... Ja, ich würde sagen, beende dich. Dann können wir gleich wieder direkt anmachen. Mach doch mal. Alles klar, ihr Freunde. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. War schön, dass ihr dabei seid. Schaut auf jeden Fall mal bei germascheck.lp vorbei. Oder bei mir, rivano.lp. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.